Seit vielen Versionen stehen uns für das Verschieben, respektive das Drehen von Modellansichten die Optionen Alt, linke Maustaste für Span, also für das Verschieben und Kontroll, respektive Steuerung, linke Maustaste für das Rotieren der Ansicht, sprich den Orbit Mode zur Verfügung. Das heisst, wenn ich die Taste Alt gedrückt halte, kann ich mit der linken Maustaste das Objekt verschieben, den Pan benutzen oder mit Steuerung, respektive Kontroll, linker Maustaste das Objekt rotieren. In vielen anderen Programmen, vor allem auch in Viewer, kann dafür die gedrückte mittlere oder gedrückte rechte Maustaste genutzt werden. Auf vielseitigen Wunsch hin haben wir diese Funktionen auch in Catwalk in der Version 29 ergänzt. Aufgrund der Doppelbelegung mit den viel genutzten Lasser-Funktionen haben wir diesen Modus nicht standardmässig aktiviert, sondern ich muss diesen aktiv einschalten. Ich finde ihn unter den Einstellungen, Optionen, Mausverhalten und kann hier die Option Orbit Pan direkt mit Maustaste setzen. Solange nun kein Element aktiv ist, kann ich mit gedrückter rechter Maustaste direkt in den Orbit starten und das Modell drehen und mit der mittleren Maustaste den Pan-Modus starten und das Objekt verschieben. Sobald ein Element aktiviert ist, nutzen wir normalerweise ja mit der rechten Maustaste das Lasso, um Elemente dazu zu aktivieren, respektive mit der mittleren Maustaste um Elemente wieder zu deaktivieren. Als Lösung für diesen Konflikt der Doppelbelegung haben wir eine kleine Verzögerung eingebaut. Das heisst, wenn ich jetzt die Taste drücke und direkt die Maus bewege, startet das Lasser. Wenn ich hingegen die rechte Maustaste gedrückt halte und die Maus still bleibt, dann verschwindet der Cursor nach circa einer zehntel Sekunde und ich kann den Orbit Modus benutzen. Dasselbe mit der mittleren Maustaste. Sobald Elemente aktiv sind, ich drücke die mittlere Maustaste, warte einen ganz kleinen Moment und sobald der Cursor verschwindet, kann ich das Objekt mit dem Pan verschieben. Dank dieser kleinen Verzögerung sollte die Doppelnutzung dieser beiden Tasten gut funktionieren. Dann noch ein kleiner Tipp. Beim dynamischen Rotieren wird standardmäßig immer die Bildschirm-Mitte fix gehalten und das ganze Objekt um diese Bildschirm-Mitte gedreht. Wenn ich nun einen anderen Punkt als Zentrumspunkt nutzen möchte, dann kann ich den aktiven Punkt setzen und Kontroll mittlere Maustaste benutzen, dann dreht sich das Objekt um diesen aktiven Punkt herum und erlaubt so in gewissen Situationen ein besseres Rotationsverhalten.